Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr ganz einfach YouTube Musik herunterladen könnt. Das Ganze übers Handy, als auch über den PC. Am besten macht ihr das über den PC. Ansonsten müsstet ihr über das Handy, nämlich über den Browser, das Ganze machen. Okay, dafür gehen wir ganz normal einmal in unser YouTube Studio. Das heißt, wir gehen hier oben rechts einmal drauf und gehen dann einmal hier auf YouTube Studio. Dann kommen wir hier hin und jetzt können wir hier einmal auf die Audio Library gehen. Das heißt im Prinzip die Audio Bibliothek. Gehen wir hier drauf und jetzt haben wir hier ganz viel Musik. Haben wir hier natürlich erstmal. Da können wir auch einmal hier danach suchen. Genre und so weiter, der Name des Künstlers, die Länge und hier haben wir Soundeffekte. Das ist, denke ich mal, für die meisten nicht so interessant. Aber ansonsten können wir das hier, wie gesagt, machen. Hier werden immer wieder neue Songs hinzugefügt. Ihr seht das November, Dezember und so weiter. Hier können wir dann die Songs ganz einfach downloaden, indem wir einmal hier auf Download draufdrücken. Danach ist das Ganze fertig. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ihr sehr gerne ein Like und Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Falls ihr dennoch Fragen habt, unbedingt in die Kommentare damit. Und dann bis zum nächsten Mal.